oder anderen Kommentar hinterlassen könnt auf der CoLearn-Seite. Dann gibt es ja auch die sogenannten Lern-Amigas als Qualifizierungsthema für Lernmultiplikatorinnen. Auch da gibt es ein, zwei Fragen. Aber unser Schwerpunkt wird heute insbesondere auf dem Thema mobile Ausbildung Dativ legen. Homeoffice für Azubis ist so die provokative Frage. Finde ich ganz toll, wie das denn geregelt wird oder gelöst wird eurerseits. Spannender Ansatz, vielleicht auch hybrid. Da sind wir sehr gespannt, wie ihr das gelöst habt und freuen uns drauf, was ihr uns zeigen wollt und würden dann auch insbesondere noch mal so ein bisschen im zweiten Teil auch auf die Fokusfragen versuchen einzugehen. Gegebenenfalls können wir die Diskussion hier auch gleich ein bisschen auf die Fokusfragen ausrichten und dann sehr gerne auch im Discuss-Forum unter der CoLearn-Seite von der mobilen Ausbildung. Ich packe sie euch auch mal gleich in den Chat nochmal ein bisschen vertiefen. Dafür haben wir die heutige Stunde angedacht und ich freue mich sehr, dass Alina und Kai dafür was vorbereitet haben und übergebe euch dann direkt das Wort, leg gerne los. Ja, super. Das machen wir doch gerne. Wir freuen uns. Circa 40 Leute sind mit dabei. Sehr cool, dass wir euch hier für das Forum und für die Session auch gewinnen konnten. Ich würde sagen, bevor wir ins Thema los hinein starten und euch zeigen, was wir dabei haben, lernt ihr uns ganz kurz kennen und wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich würde mal an dich übergeben, Fabi. Das ist mir jetzt bei Stets. Fabi, Herr Kahn, mein Name. Ich bin auch Ausbilder bei DATEV, betreue da unter anderem unseren Außendienst mit derzeit 16 Auszubildenden, Dualstudierenden. So sind wir ein bisschen im Ausbildungsteam aufgestellt, dass wir da abteilungsspezifisch unsere Auszubildenden, Dualstudierenden betreuen. Blicken wir nachher nochmal genauer drauf. Bin seit 2019 bei DATEV, war auch vorher als Werkstudent in der Weiterbildung aktiv. Da ist ja auch ein paar ehemalige Kollegen hier mit in der Session. Freut mich, dass ihr mit da seid. Und war auch mit Teil des Projektteams unseres mobilen Ausbildungskonzepts, was ihr euch heute mit Alina präsentieren darf. Genau, wunderbar. Danke dir. Dann mache ich gleich weiter. Ich bin auch Ausbilderin bei der DATEV jetzt seit gut dreieinhalb Jahren im Team, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Egal. Darf da unsere Auszubildenden Dualstudierenden im Service mit betreuen und begleiten. Das sind rund 45 Menschen, junge Menschen bei uns. Und bin auch so ein bisschen für das Thema Fachausbilder, Fachausbilderqualifizierung bei der DATEV zuständig. Also da habe ich einfach den Zusatzzug mit auf. Und ja, genau. Wir beide waren Teil eben im Projektteams und singeln da jetzt auch noch durch den Lande, um das Thema und unser Projekt da bekannt zu machen. Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Kurz noch mit Blick auf die Folien, die ich euch gleich teile. Ich würde gerne wissen, ob jemand von euch die DATEV noch nicht kennt oder DATEV kein Begriff ist. Diejenigen, für die DATEV kein Begriff ist, bittet mal die Kamera anlassen, alle anderen aus. Einfach damit ich weiß, ob wir ein bisschen was zur DATEV sagen sollen oder ob wir das überspringen. Da gehen die Kameras ganz, ganz, ganz schnell aus. Das finde ich gut. Das heißt, ich nehme mit, wir können da eigentlich relativ schnell übergehen. Alles klar, wunderbar. Dann dürft ihr die Kameras wieder anschalten und ich beginne mal damit, die Folien zu teilen. Wenn Teams nicht lässt, kann es nur noch umstunden. Kein Problem. Ja, jetzt dürfte das soweit sein. Ihr müsstet jetzt auch die Folien sehen. Ich spick mal schnell auf den Bildschirm vom Kollegen. Ja, wunderbar. Gut. Dann starten wir mit euch jetzt durch. Die Folie würde ich tatsächlich an der Stelle mit euch überspringen, wo es darum geht, wer ist eigentlich DATEV? Was machen wir? Zahlen, Daten, Fakten. Und ich springe mal mit euch direkt schon hier rein. Einen Augenblick. Wenn wir mich nicht machen, wie ich das möchte, dann machen wir es so. Ebola. Genau. Wir wollen euch einfach einen ganz kurzen Überblick noch geben, damit ihr das mobile Ausbildungskonzept so ein bisschen einordnen könnt, wie wir bei DATEV das Thema Ausbildung strukturieren. Wir sind ein Team von circa zwölf Personen. Ein Teil von uns aus dem Team betreut eben unsere Auszubildenden. Ein Teil macht eher mehr so ein bisschen, ich sag mal, organisatorische und administratorische Tätigkeiten. Wir haben ungefähr 220 Ausbildungskonzept. Wir haben ungefähr 220 Auszubildende über alle Lehrjahre hinweg. Das ist so die aktuelle Zahl und wir haben euch mal mitgebracht, wie verteilt sich denn das beim ersten Lehrjahr, also 2023 im Herbst letzten Jahres sind bei uns 84 neue Leute eingestiegen. Und ihr seht, circa ein Drittel davon waren dual Studierende über verschiedenste Berufe, sowohl Informatik, aber eben auch kaufmännische Studiengänge oder betriebswirtschaftliche. Dann haben wir zwei Drittel Auszubildende und ihr seht nochmal insgesamt, wie verteilt sich das über, ja, 84 Einsteiger, wie verteilt sich das über die verschiedenen Berufe und Studiengänge. Und da kann man wirklich sagen, klar, wir sind ein IT-Haus. Zwei Drittel entfällt da auf IT-Berufe und Studiengänge von den Fachinformatikern hin zu Kaufleuten für IT-Systemmanagement. 22 Prozent entfällt auf kaufmännische Berufe und Studiengänge. Das sind Klassiker wie Kaufleute für Büromanagement bis hin zu Studiengängen beispielsweise wie Dienstleistungsmanagement. Und wir haben aber auch nochmal zehn Prozent unserer Jugendlichen, die in gewerblichen Berufen oder Studiengängen unterwegs sind. Also das sind dann Berufe wie zum Beispiel der Maschinen- und Anlagenführer oder eben beispielsweise auch Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, die sich bei uns um den Betriebsschutz dann auch vor Ort kümmern. Und was uns immer noch wichtig ist, wir beide sind eben Ausbilder, Ausbilderinnen. Und bei uns gibt es eben noch natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die für die fachliche Einarbeitung der Azubis und Studis in den Fachabteilungen zuständig sind. Und die heißen bei uns einfach vom Begriff her sind es die Fachausbilder. In vielen anderen Unternehmen sind es halt klassisch zum Beispiel die Ausbildungsbeauftragten. Also das war uns an der Stelle noch wichtig dazu zu sagen. Und man kann auch noch dazu sagen, klar, der Großteil der Auszubildenden, Dualstudierenden, wird bei uns am Standort in Nürnberg mit ausgebildet. Aber wir haben auch Azubis und Dualstudierende, die in der Niederlassung oder in den Niederlassungen sind. Dazu später aber noch ein paar Feinheiten mehr. Genau. Das für euch so ein bisschen zur Einordnung. Und bevor wir in das Konzept jetzt reinsteigen, würde es mich mal interessieren, vielleicht könnt ihr das in den Chat mal reinschreiben, wer denn von euch auch ausbildet, also ein Ausbildungsbetrieb ist und wie viele Azubis ihr ausbildet. Lasst uns das mal einfach ein bisschen über den Chat wissen, damit wir wissen, wie aktiv oder nah dran ihr an dem Thema seid. Ex-Auszubildende ist die erste Meldung von Sebastian, fünf von Markus. 3.300. Viele bei Continental, das kann ich mir vorstellen, ja. Weiß es leider nicht genau, ich muss mal nachschauen. Aber sicherlich nochmal eine deutlich größere Hausnummer, als das bei uns der Fall ist, bin ich mir auch sicher. Es ist auszubildend auf 885 Mitarbeitenden, okay. 85 pro Jahr, also ähnlich wie bei uns, das pendelt sich bei uns auch da ein. Vielen Dank euch, können wir das noch ein bisschen einordnen. Man sieht, unter euch haben wir alles dabei, von Betrieben, die nicht ausbilden, hin zu kleinen, großen und mittelständischen. Okay, ja spannend. Lasst uns da bitte später in die Diskussion gehen, wie ihr das Thema bei euch handhabt. Mobile Ausbildung oder auch Remote-Arbeit unter den Mitarbeitern. Dann springe ich mit euch mal rein, wie wir jetzt euch das mobile Konzept vorstellen. Unsere Idee wäre, wir würden es gerne euch erstmal in einem Gesamtpackage vorstellen, weil es durchaus auch komplex ist. Schreibt uns gerne eure Fragen schon mal in den Chat rein oder bewahrt sie euch gut auf bis zum Ende. Dann würden wir da gerne alles aufgreifen. Aber wir würden es gerne einmal gebündelt machen. Und wir wollen euch ein bisschen was erzählen. Erstmal zur Ausgangslage. Wie kam es überhaupt zu diesem Konzept? Wie sind wir aber auch bevorgegangen, das Ganze zu entwickeln? Was für Bausteine waren das? Wir haben einfach uns gedacht, das ist für euch bestimmt auch spannend zu sehen, wie wir denn da vorgegangen sind. Weil es nicht im kleinen Leuchtturm in der Ausbildung entstanden ist, sondern wir haben wirklich die wichtigsten Player auch einbezogen. Dann stellen wir euch natürlich das Konzept vor, wie das funktioniert, was so ein bisschen die Spielregeln sind. Und dann gehen wir auf eure Fragen ein und sind natürlich auch gespannt auf den Erfahrungsaustausch, wie das ganze Thema bei euch gelingt wird. Genau. Lasst uns reinspringen. Wieso haben wir das Ganze gemacht? Ich versuche es knapp zu halten. Ganz zentral ist für uns natürlich das Berufsbildungsgesetz. Diejenigen von euch, die ausbilden, kennen das. Da gibt es ein Paragrafen, der besagt, Ausbildung hat vor Ort stattzufinden. Das heißt wirklich vor Ort und nicht virtuell. Das Ganze wurde ein bisschen aufgeweicht in der ganzen Corona-Pandemie. Und jetzt sind wir irgendwie in so einer Grauzone. Die IHK hat sich momentan, oder die IHK hat sich ja jetzt schon in Richtung Empfehlung geäußert. Aber das Gesetz besteht nach wie vor. Und das war für uns eigentlich auch damals so der Ausgangspunkt, zu sagen, wir wollen da Rechtssicherheit. Wir wollen nicht irgendeine Lösung irgendwie umsetzen. Und deswegen war das ein Punkt, wieso wir das Konzept entwickelt haben. Dann haben wir natürlich unsere Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, aus der Begleitung auch irgendwie mitgenommen. Und haben gesagt, ja, manche Azubis haben sich da echt schwer getan in dieser ganzen Corona-Zeit. Scheiß, wenn es darum geht, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Dass teilweise auch so dieses Zwischenmenschliche im Homeoffice stark verloren gegangen ist. Und gerade bei schwierigen Azubi-Fällen ist es auch halt aufgefallen, dass so dieses Thema Vertrauensbildung und gehe ich auf den Fachbereich oder auf die Ausbildung zu, durch das Homeoffice-Thema einfach auch schwieriger gefallen ist. Wir haben Feedback gekriegt von unseren Azubis und dualen Studierenden, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat in der Corona-Zeit. Schauen wir auch gleich nochmal mit drauf. Dann ist es uns einfach auch wichtig als Dativ, die jungen Menschen, die jetzt wieder aus einer sehr analog geprägten Schulwelt kommen, auf die Arbeitsrealität bei Dativ vorzubereiten. Und wir haben einfach eine Betriebsvereinbarung, mobiles Arbeiten, die besagt, jedes Team entscheidet für sich, wie stark es vor Ort oder im Homeoffice arbeiten will. Da wollen wir und müssen wir unsere jungen Leute einfach heranführen, müssen ihnen, wie ihr sicher auch seht, die Arbeits- und die Lernkompetenzen, die sie dafür brauchen, vermitteln. Wir wollen auch, dass sie regelmäßig für sich reflektieren. Wo stehe ich denn? Was brauche ich denn? Wer kann mir irgendwie helfen, um eben im Homeoffice zum Beispiel besser arbeiten zu können? Und uns war es ganz, ganz wichtig, dass so gerade in der ersten, ersten Phase im Unternehmen, die ersten Monate das Thema Betreuung und Einarbeitung eben auch vor Ort stattfindet. Dass unsere jungen Leute die Standorte auch kennenlernen. Wir haben ein paar sehr schöne Standorte, die kennen vielleicht die ein oder anderen auch von euch. Und die einfach auch mal zu sehen, das mitzuerleben und dadurch auch sein Netzwerk anders aufbauen zu können. Und letztlich damit eine Teambindung und auch eine Unternehmensbindung herbeizuführen. Das war auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das zur Ausgangslage und unseren Vorüberlegungen. Und ich springe mal mit euch rein, wie wir jetzt bei dieser Konzeptentwicklung vorgegangen sind. Was waren so die Meilensteine? Wir haben im Januar vor gut einem Jahr damit angefangen, mit den Fachausbilderinnen, also mit den Fachabteilungen, eine Online-Session zu machen und einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was funktioniert gut und was funktioniert aktuell nicht gut in der Homeoffice-Ausbildung? Das war so der Teil 1 mit rund 40 Leuten, die dabei waren. Was wir dann natürlich gemacht haben, ist, dass wir wirklich laufend im Austausch waren mit der IHK, weil auch damals einfach nicht klar war, wie wird sich die IHK positionieren im Frühjahr 2023. Aber was erwartet die IHK von uns? Das heißt, da haben wir einen starken Blick drauf gehabt. Wir haben auch einen starken Blick drauf gehabt, wie positioniert sich Dativ da ganz generell? Gerade an Julia Bangert hat eine sehr starke Meinung auch vom Thema Homeoffice-Vorort-Arbeit. Also wie äußert sich einfach auch unsere Geschäftsebene und Geschäftsleitungsebene mit dazu? Das war uns natürlich wichtig, das auch mit in den Blick zu nehmen. Dann seht ihr bei einem dritten Punkt. Wir sind natürlich auch in den Austausch gegangen mit anderen Unternehmen. ganz unterschiedlicher Art und Weise, unterschiedlich geprägt, um da auch zu sehen, was machen denn andere. Was wir gemacht haben, und das war ein Kernstück im Mai und Juni 2023, dass wir mit Auszubildenden, Dualstudierenden, also unserer Zielgruppe, unseren Kunden an der Stelle, eben Workshops durchgeführt haben, bewusst vor Ort. Und es waren rund 50 Leute dabei, um wirklich auch da direkt die Erfahrungen aus dem ersten, aus dem zweiten, aus dem dritten Layout abzugreifen. Wir haben da ganz stark den Betriebsrat auch mit eingebunden. Das war uns an der Stelle auch wichtig, dass wir da die Kollegen und Kolleginnen auch gleich mit an Bord nehmen und die auch eins zu eins mitkriegen, was unseren jungen Menschen an der Stelle wichtig ist und was eben klappt, aber was vielleicht auch nicht geklappt hat. Genau. Und dann ging es ja in die wirklich richtig letzte heiße Phase im Sommer letztes Jahr, wo es darum ging, wirklich nochmal alle Ebenen abzuklappern. Also wir sind durch den Personalverstand, durch die Geschäftsleitung, haben unser Konzept, das wir bis dorthin entwickelt hatten, natürlich auch der IHK nochmal vorgestellt, die das Gott sei Dank auch abgesegnet hat und gesagt hat, ja, finden Sie richtig gut, damit können wir an den Start gehen. Aus dem Weiterbildungsausschuss, was bei uns nochmal das Betriebsratgremium ist, an der Stelle relevant war. Und dann sind wir natürlich in die interne Kommunikation gegangen, sei es in Richtung Fachbereiche, Führungskräfte, auf verschiedenen Ebenen das Konzept vorzustellen, damit wir letztlich am 1.9. damit auch an den Start gehen können. Also ihr merkt schon, es war schon eine knackige Timeline. Früh zwar angefangen, aber es wurde dann schon echt im Endspurt spannend. Und wir haben es dann eben am 1.9. für das Lehrjahr, das 2023 angefangen hat, eingeführt. Wir haben einen berüsten Cut gemacht, das heißt, das gilt jetzt nicht für das aktuelle zweite und dritte Lehrjahr, sondern wir haben es neu für die neue Zielgruppe bei uns im Haus mit eingeführt. Das war das Wichtigste an der Stelle und jetzt würde ich sagen, übergebe ich mal an Fabi, da stellt euch das Konzept im Detail vor. Dann springen wir direkt rein. Kurz für euch zum Überblick. Also wir werden jetzt zunächst einen Blick auf unser gesamtes Konzept der mobilen Ausbildung werfen. Da sind auch noch ein paar Unterstützungsbausteine mit dabei und danach nochmal explizit auf das Kernkonzept eingehen. Und auf die Reise nehme ich euch mit, mit dieser Übersicht. Also ganz in der Mitte seht ihr unser wirklich tolles Design zur Übersicht des Kernkonzepts, wo wir gleich nochmal schrittweise euch durchführen werden. Zu unserem mobilen Ausbildungskonzept gehört allerdings nicht nur das Kernkonzept, sondern wir haben auch weitere Bausteine drumherum, die darauf einzielen. Und Alina hat es vorhin schon erwähnt, wir als Ausbilder sind ein Teil der Ausbildung bei DATEV. Wir haben auch unsere Fachausbilder, die die fachliche Einarbeitung und Ausbildung übernehmen. Und natürlich hat jeder Auszubildende auch ein, bei uns nennt sich das sogenannte Heimathafenprinzip, sprich ein Team, ein Heimathafen, wo die Ausbildung durchlebt wird. Und da möchten wir auch bewusst das Signal senden mit dem mobilen Ausbildungskonzept, weil es auch ein Stück weit mit der persönlichen Betreuung einhergeht, dass die Ausbildung dahingehend Teamaufgabe ist. Die Einarbeitung und Ausbildung des jungen Menschen liegt nicht auf einzelnen Personen, sondern wirklich, wir bilden für DATEV gesamt aus. Da kann jeder seinen Beitrag zu leisten. Und auch die Aufgaben dafür können auf der ganzen Team-Ebene verteilt werden. Und natürlich muss jeder Auszubildende auch so ein Stück weit eine individuelle Eignung fürs mobile Arbeiten mitbringen. Das heißt, auch da gibt es keine Pflicht für Homeoffice-Arbeit. Wir wollen auch ein Stück weit Flexibilität bieten. Aber Grundvoraussetzung ist natürlich die individuelle Eignung. Und blicken wir auf die Baustelle drumherum. Also da haben wir natürlich zunächst die Gruppe, die absolut im Fokus steht im Konzept unserer Auszubildenden, dual Studierenden. Die kommen aus einem sehr, sehr geprägten oder analog geprägten Schulalltag. Der Stundenplan ist vorgegeben. Die wissen ganz genau, von 8 bis 8.45 Uhr steht Mathe an. Danach sagt mir der Geschichtslehrer, was ich für die nächste Stunde über die Klausur lernen muss. Und daran hangelt man sich so ein Stück weit durch. Die Arbeitswelt sieht da doch ein gutes Stück anders aus. Und wir möchten mit dem mobilen Ausbildungskonzept sie dabei unterstützen, in dieses mobile Arbeiten und mobile Lernen einzufinden. Und dafür haben wir unterschiedliche Unterstützungsangebote, die wir nutzen wollen. Also Azubizonen stehen da relativ weit oben bei uns auf der Agenda. Aktuell wissen unsere Auszubildenden und Studierenden, wo sie uns treffen können. Das findet sehr viel auf persönlicher Kommunikationsebene statt. Gerade sind wir hier in unserem schönen IT-Campus, wo wir auch sehr viele Auszubildende und Studierende treffen können. Aber wir haben auch von Ausbildungsseite einen festen Teamtag, dass unsere Auszubildenden und Studierenden immer wissen, dass sie uns donnerstags bei uns in der Teamzone finden können. Und was wir mit dem mobilen Ausbildungskonzept auch eingeführt haben bei DATEV, ist eine Lern-App. Das ist ein Savvy, ein Start-up aus Berlin mit dem Fokus auf Soft-Skill-Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und da werden so Themen behandelt in kleinen Micro-Learnings, wie proaktiv sein, sich im Team zurechtfinden. Und das soll eben auch unsere Auszubildenden und Studierenden unterstützen, in der Arbeitswelt anzukommen beim Wechsel von der Schule hin in die Arbeitswelt. Und darüber hinaus gibt es auch noch für die nächste Zielgruppe unsere Fachausbilder und Führungskräfte entsprechende Angebote, um auch die auf das neue Lehr- und Lern-Setting einzustellen. Also gerade unsere Fachausbilderinnen stehen auch vor der Herausforderung, nun im mobilen Setting Wissen vermitteln zu müssen, was auch neu ist. Das ist auch etwas, was sie selber erlernen müssen. Und auch da möchten wir Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen. Für Führungskräfte gibt es zum Beispiel das Thema Führen auf Distanz. Also wie kann ich meinem Auszubildenden und Studierenden auch auf die mobile Distanz das Gefühl zu geben, da zu sein, Ansprechpartner zu sein, verschiedene Lernangebote unserer Fachausbilder entstehen und werden derzeit pilotiert. Beispielsweise ein ADA-Inhouse-Seminar, Ausbildung der Ausbilder, dass die das bei uns im Haus entsprechend des Tools und Skillset an die Hand bekommen. Und auch so Themen wie Arbeitsrecht für Fachausbilder ist da rechts hoch im Kurs. Insbesondere bei Minderjährigen, Auszubildenden und Dualstudierenden gibt es da doch immer wieder Sonderregelungen, die zu beachten sind und die wir da unseren Fachausbildern und Führungskräften an die Hand geben wollen. Und natürlich spielen auch wir von der Ausbildungsabteilung eine sehr, sehr große Rolle. Also wir sehen uns da wirklich in der Verantwortung, Bindeglied zwischen all den Faktoren zu sein, auch Multiplikatoren zu sein. Wir möchten oder nutzen auch schon entstehende Plattformen wie beispielsweise unsere Community of Practice, der Fachausbilder, um da einfach die Unterstützungsangebote zu promoten, um auch die Möglichkeit zu geben, Best Practices zu teilen. Es gibt sehr, sehr viele Abteilungen, die haben dieses mobile Ausbildungskonzept wirklich wunderbar umgesetzt. Und genau diese Learnings möchten wir einfach da teilen, damit das ganze Haus profitiert und da einen Multiplikatoren-Effekt entstehen lassen. Und zuletzt haben wir es auch mal genutzt und externe Impulse ins Haus geholt. Wir hatten einen Generationsforscher im Haus, der uns rund um das Thema Generation Z und deren Erwartungen und Anforderungen an die Ausbildungswelt Informationen und Nützliches an die Hand gegeben hat. Marcel, du hast eine Wortmeldung, haben wir gerade gesehen. Ja, ich wollte mal ein bisschen den Chat aufgreifen. Ist es okay, wenn wir zwischendurch die ein, zwei Fragen mit reinnehmen? Klar, gerne. Ja, super, sehr schön. Ich dachte auch, ich warte, bis ihr die Folie voll habt und da einen kurzen Abschnitt habt, sozusagen. Prima. Stichwort Unternehmensbindung kam die Frage. Wisst ihr, wie viele Auszubildende euch verlassen nach der Ausbildung oder ein Jahr nach der Ausbildung? Habt ihr da Zahlen? Also ist die Unternehmensbindung hier sehr gut oder wie würdet ihr das einschätzen? Also direkt nach der Ausbildung ist es tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist eher die Ausnahme, dass uns Auszubildende, Dualstudierende verlassen. Ich würde jetzt mal so grob 95 Prozent sagen, die übernommen werden. Würdest du da noch ergänzen? Ne, würde ich ähnlich sehen. Also ich glaube, es sind irgendwie um die 10 Prozent generell, die uns in Anführungszeichen verlassen. Und wenn man das aber dann nochmal bereinigt, um Leute, die irgendwie sagen, ich möchte tatsächlich nochmal ein Studierenden anzufangen oder ich möchte mein Abitur nachholen, dann sind wir wahrscheinlich irgendwie bei den 5 Prozent oder sowas. Also wir haben schon eine Höhe ins Treue, muss man sagen. Super, ja. Und dann war die zweite Frage noch, ob ihr den Namen der App nochmal sagen könnt. Ich vermute, da ging es darum, dass man sich vielleicht das da auch mal anschauen möchte oder daran orientieren möchte. Ja, Savi schreibt sich S-A-V-V-I aus Berlin. Sehr gut. Und gerne auch im Nachgang nochmal auf uns zukommen oder so. Wenn euch da mehr interessiert, dann schauen wir da gerne auch mal mit euch zusammen rein. Für heute wird es wahrscheinlich zu knapp, aber das nächste Mal gerne. Also kommt gerne auf uns zu. Sehr gut. Gibt es ansonsten noch offene Fragen gerade oder ansonsten würde ich das Wort wieder zurück übergeben, dass ihr weiter präsentieren könnt? Nutzt die Chance gerne kurz. Scheint nicht der Fall. Gut, dann macht gerne weiter. Vielen Dank. Super, danke dir. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt direkt rein in das mobile Ausbildungskonzept. Und Hintergrund des mobilen Ausbildungskonzepts ist A, also die Zielgruppe genau da abzuholen, wo sie steht. Stichwort Gamification. Das ist eine junge Zielgruppe. Gaming ist ein Thema und auch ein Hobby, das viele einfach betreiben. Und genau da wollten wir mit unserem Ausbildungskonzept auch ansetzen. Man sieht es auch in der grafischen Aufbereitung, die übrigens auch von Auszubildenden von uns im Bereich Mediendesign erstellt wurde. Also auch da konnten wir wieder Auszubildende mit einbeziehen. Und ich gehe kurz mal durch die Legende links durch. Man sieht mit roten Sternen sogenannte Level Challenges. Was diese bewirken, würde ich dann nochmal erklären, wenn wir durch die Levels durchspringen. Eine Flexi-Target-Challenge ist die Möglichkeit, sich einen weiteren mobilen Arbeitstag zu erspielen. Und unsere Cookies, die Kekse, die man entlang der Ausbildungsreise naschen darf, stellt die Anzahl an mobilen Arbeitstagen pro Monat dar. Und pro Monat ist auch schon so das erste Stichwort hinsichtlich der Flexibilität. Also uns war es wichtig, keinen starren Rahmen vorzugeben, sondern wir wollten sowohl den Auszubildenden und Studierenden als auch den Heimathäfen die Möglichkeit geben, diese Arbeitstage, die mobilen Arbeitstage so einzusetzen, wie es für sie und fürs Team am passendsten ist. Und unten rechts würde ich direkt mal anfangen mit dem Ausbildungsbeginn. Das ist die Phase, die Alina vorhin erwähnt hat. In unseren Workshops ist sehr stark rausgekommen, dass diese Phase zu Beginn der Ausbildung eine sehr, sehr prägende ist. Also die Onboarding-Phase ist bei den jungen Menschen wirklich der Zeitpunkt, um Vertrauen aufzubauen, um das Unternehmen kennenzulernen, um so ein bisschen das Gespür zu bekommen, wie funktioniert dieses Unternehmen, wie ticken meine Kolleginnen und Kollegen. Und gerade dieses Kennenlernen und Vertrauen aufbauen ist etwas, was uns widergespiegelt wurde, funktioniert im Präsenz einfach so viel besser als im mobilen Setting. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Probezeit komplett vor Ort im DATEV-Standort durchzuführen, dass da auch immer eine Person aus dem Heimathafen mit dabei ist und die Einarbeitung vor Ort übernimmt. Die Probezeit sind vier Monate. Dahingehend muss man natürlich auch dazu sagen, Auszubildende haben bei uns recht viele Lernangebote, auch Schulungen im IT-Bereich, in denen sie dann in anderen Bereichen sind. Und sie sind auch bei uns in der Ausbildungsabteilung im Rahmen der Onboarding-Tage, haben natürlich auch Berufsschule in den ersten vier Monaten. Das heißt, von den vier Monaten Probezeit sind es netto, glaube ich, ein bisschen über 30 Tage, die die Auszubildenden tatsächlich nur in den Heimatabteilungen sind und entsprechend betreut werden müssen. Und nach dem Ende der Probezeit steht jetzt die sogenannte erste Level-Challenge an. Und das wäre genau die Möglichkeit, ins sogenannte Level höher, das Level-Novize reinzuspringen, um vier mobile Arbeitstage pro Monat zu erhalten. Wir blicken gleich nochmal besonders auf diese Level-Challenges, nur für euch zum Hintergrund. In der Konzeption war es uns wichtig, die persönlichen Erfahrungen, die man in der Zeit, in der vergangenen Zeit gemacht hat, zu reflektieren, die eigene Arbeitsweise zu reflektieren, um dann sich entsprechend weiterentwickeln zu können mit den neuen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Und dann geht es nach der Probezeit eben schon rein mit der Möglichkeit von bis zu vier mobilen Arbeitstagen pro Monat, die man nehmen kann. Man muss auch da dazu sagen, Alina hat vorhin unsere Betriebsvereinbarung erwähnt, es gibt keine Pflicht, diese vier Tage zu nehmen. Wir haben auch Auszubildende, die sagen, vier sind mir schon zu viel. Zwei reichen wir auch im Monat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer betriebliche Gründe, die vielleicht dagegen sprechen könnten, jetzt einen mobilen Arbeitstag zu nehmen. Das heißt, es besteht auch kein Anspruch auf die vier Tage pro Monat, sofern betriebliche Gründe jetzt mal dagegen sprechen sollten. Und genau dieses Konzept hangelt sich dann genau in diesem Schema auch weiter. Also ab dem Level Novice kommt dieser grüner Stern mit dazu. Das heißt, es ist eine einmalige Möglichkeit, sich einen mobilen Arbeitstag zusätzlich zu erspielen. Die grünen Sterne, unsere sogenannten Flexi-Target-Challenges, haben den Hintergrund, dass wir da auch einen zusätzlichen Anreiz schaffen wollten. Also wir haben da einen Themenpool zur Verfügung gestellt, aus dem sich unsere Auszubildenden und Studierenden kleine Aufgaben raussuchen können, die sie dann entsprechend bewältigen und uns das Ergebnis zu präsentieren. Das kann von einem Coworking-Termin bis hin zu einem Lernformat anbieten und vielleicht auch ein fachliches Thema in der Heimatabteilung mal vorzustellen. Da gibt es eine große Auswahl. Und da möchten wir natürlich auch einfach so ein bisschen den Anreiz schaffen, durch ein bisschen zusätzlichen Efforts, sich einen weiteren mobilen Arbeitstag zu erspielen. Und diese Ergebnisse präsentieren sie dann uns von der Ausbildungsabteilung. Einmal die Möglichkeit, pro Level das zu tun, mit Ausnahme des letzten Levels. Da besteht sogar die Möglichkeit, das zweimal zu tun. Und ihr seht, genau so wandert man durch unsere mobile Ausbildung. Nachdem es vier mobile Arbeitstage gab, steigt dann schon das Kontingent auf acht mobile Arbeitstage pro Monat ab dem zweiten Lehrjahr. Und dann hin zu zwölf nach der Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung Teil 1, sprich so ungefähr Halbzeit der Ausbildung. Und dass sie dann zum Ende die Möglichkeit haben, das komplette dritte Lehrjahr im Rahmen unserer Betriebsvereinbarung in Absprache mit dem Heimathafen und ihrer Führungskraft die mobilen Arbeitstage so einzusetzen, wie es für das Team und für DATEV am produktivsten ist. Und was ich, glaube ich, vorhin vergessen habe zu erwähnen hinsichtlich unseren Level-Challenges, ist, dass auch die Ergebnisse uns und den Heimatabteilungen in unseren regelmäßigen Feedback-Gesprächen eben aufgezeigt werden. Also wir haben sowieso regelmäßige Feedback-Gespräche mit Auszubildenden und Studierenden und da knüpfen wir an und sagen, sofern ihr ins nächste Level aufsteigen möchtet, dann bitte eure Level-Challenge in dem festgeschriebenen Feedback-Gespräch präsentieren. Und genau, das ist jetzt mal so ein grob Überblick über das mobile Ausbildungskonzept. Wir haben dasselbe Konzept auch für unsere Dualstudierenden, die wir im Haus haben. Das ist eins zu eins komplett gleich aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass sich diese Meilensteine, wo der Aufstieg ins nächste Level stattfindet, ändert, dadurch, dass ja auch die Studierenden nicht in Lehrjahren rechnen oder ihre Zwischenprüfungen haben. Da geht es um die Praxissemester, die sie bei uns im Unternehmen sind. Und Aline hat es gestern im Pitch schon kurz erwähnt. Wir haben es auch mit auf die Folie gepackt. Wir haben es auch hier vor uns stehen nochmal visualisiert. Wir hatten wirklich das Glück, letztes Jahr im Herbst mit dem Konzept auf den HR Excellence Award im Bereich Ausbildung zu gewinnen, was uns wirklich sehr, sehr stolz macht. Und auch an der Stelle kommen wir noch von großes Dank an alle Fachausbilder, Auszubildenden, Studierenden, die daran mitgewirkt haben und die auch jetzt daran mitwirken, das Konzept eben mit Leben zu füllen. Ganz genau. Ich springe mal mit euch vielleicht nochmal in die Challenges rein, weil der Fabi hat jetzt auf der Tonspur auf jeden Fall euch ja schon erzählt. Genau, ihr seht gleich wieder auch was. Wird das Richtige? Jetzt sagt er. Ich würde sagen, wir springen mit euch nochmal in die Challenges so ein bisschen rein. Also, ich übernehme einfach mal, ja. Die Level Challenges, erinnert euch, das war sozusagen, das sind die festen Challenges verpflichtend für alle, die immer vor dem nächsten Levelwechsel sozusagen stattfinden. Von der Grundidee ist es so, dass das wirklich Challenges sind, die für jeden und für jede gut machbar sind. Es geht eher eben darum, entweder in dieser ersten Challenge, die seht ihr jetzt hier gleich ganz oben, in der Probezeit, in den ersten paar Monaten, wirklich einen Großteil vom Team auch live und vor Ort in der Farbe kennenzulernen, um eben so dieses Thema vernetzen, austauschen, zusammenwachsen, Vertrauen aufbauen da auch zu unterstützen. Also, es sind entweder solche Challenges oder es sind eben Challenges, die so diesen reflektierenden Charakter haben. Ich springe da mit euch mal, Moment, ich hole mir mal schnell den Laserpointer da wieder dazu. hier bei der Challenge 3 für das Level Practice. Da geht es dann wirklich um das Reflektieren, wo sich unsere Azubis und Studis zwei Aufgaben rauspicken sollen, die zwar fachlich ähnlich sind, aber dann doch unterschiedlich und anhand dessen sich überlegen sollen, welche Aufgabe davon macht denn eher vor Ort Sinn, welche macht denn eher im Homeoffice Sinn und dann im Anschluss zu reflektieren, wieso habe ich diese Entscheidung getroffen, was war anders, was hat gut funktioniert, was für Learnings nehme ich mit, was war vielleicht aber auch schwierig, um da einfach wirklich systematisch sich mit dieser Rolle auseinanderzusetzen. Und das war ganz schön. Wir haben eben das Konzept auch unseren Azubis aus dem dritten Lehrjahr und Studis vorgestellt. Und ich kann mich noch gut erinnern, eine Studentin von mir aus dem dritten Lehrjahr hat gesagt, die Challenge findet sich spannend. Da hat sie auch noch nie drüber nachgedacht. Das wird sie jetzt dann auch mal machen. Sie muss es nicht, weil sie eben nicht vom Konzept jetzt betroffen ist. Aber war ganz spannend, auch von dir zu hören, hey, das macht schon auch Sinn, was wir uns da überlegt haben. Genau, also das sind so diese Level-Challenges, die eben verpflichtet sind. Und ich springe mal mit euch noch rein. Wir haben jetzt auch hier einen Quick-and-Dirty-Folien-Übergang. Zack, müsstet ihr jetzt gleich wieder sehen. Das sind diese Flexi-Challenges, die euch der Fabi auch schon vorgestellt hat. Bis zu vier von diesen Challenges kann man sich eben aus diesem Pool rausgreifen. Die Reihenfolge, dass da eine Nummer davor steht, ist wirklich irrelevant. Sondern jeder kann sich das rauspicken, was er möchte, sich bis zu vier zusätzliche Tage eben erspielen. Oder auch gar keine. Also ganz spannend. Bis jetzt, glaube ich, haben wir von unseren 80 Leuten keine ganze gute Handvoll. Ja, also zehn sind es, glaube ich, noch nicht, die es gemacht haben. Und sie können ab Januar jetzt sozusagen diese Flexi-Challenges auch ausprobieren. Bis jetzt war noch nicht der große Run. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie das so sein wird. Und hier sind es eben auch verschiedene Punkte, die wir aufgreifen wollten mit diesen Flexi-Challenges. Zum einen, was Fabi vorhin gesagt hat, so dieses Thema einfach auch, ja, Fleiß und Engagement soll sich lohnen. Dass wir das sozusagen nochmal mit auch darstellen, das seht ihr hier bei der Flexi-Challenge 8, wo wir auch sagen, hier jemand, der in der Abschlussprüfung Teil 1 oder auch im Bachelor im ersten Notendurchschnitt in den ersten beiden Semestern sehr gut ist, kann sich so einen Flexi-Tag erspielen. Wir haben aber auch solche Punkte aufgegriffen, wie Stichwort Sichtbarkeit im Team. Das ist nämlich auch was, was tatsächlich in Corona- und Homeoffice-Zeiten manchmal runtergerutscht ist, dass da ein Auszubildender im Team ist. und was der eigentlich macht. Und das haben wir versucht zum Beispiel mit dieser Challenge 9 hier aufzugreifen, wo es da drum geht, der Auszubildender Studi soll seine aktuellen Aufgaben oder Projekte, die er gerade hat, mal in der Präsentation darstellen und einfach auch im Team vorstellen, um sich das sichtbar zu machen und auch zu sagen, hey, das ist mein Aufgabengebiet, da bin ich vielleicht auch Experte oder Expertin. Und so dieses Thema Lernen bei DATEV. Wir sprechen die ganze Woche jetzt über das Thema Hashtag DATEV lernt. Das haben wir natürlich hier auch versucht mit aufzugreifen. Und das seht ihr beispielsweise hier bei der Challenge Nummer 5, wo wir unsere Auszubildender Studis auch dazu ermuntern. Egal in welchem DATEV-Lernformat, ob es das Tiki-Camp ist, das Coworking-Camp, die WDW-Sessions oder bei uns die Einführungstage, das verbirgt sich hinter diesem lustigen Kürzel. Wenn jemand da Lust hat, sein Wissen und seine Expertise auch an andere Auszubildender Studis oder Mitarbeiter weiterzugeben, dann wird das quasi ja auch mal mitbenut. Genau. Also das ein schneller Überblick über unsere Flexi-Challenges. Genau. Ich würde noch kurz die Frage von Nicola im Chat aufgreifen. Gibt es eine zeitliche Vorgabe, wann die Azubis die mobilen Arbeitstage ankündigen müssen? Also das erfolgt tatsächlich in Absprache mit ihren Führungskräften im Heimathafen. Also da kann eine langfristige Planung, ist da immer gerne gesehen, weil natürlich dann auch, wenn die Arbeit vor Ort stattfinden würde, entsprechende Person aus dem Heimathafen ebenfalls vor Ort sein sollte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das durchaus mal kurzfristig in Anspruch zu nehmen. Genauso wie es, wenn es jetzt, ich sag mal, größere, äußere Umstände gibt, Bahnstreiks, was hat mir alles Blitzeis, Warnungen und Po. Da sind wir natürlich auch so flexibel, die Anzahl an mobilen Arbeitstagen dahingehend zu erweitern, wenn man sagt, okay, durch den Bahnstreik, das hat weder der Auszubildende noch der Studierende zu verschulden und es ist keine Möglichkeit, vorhanden ins Büro zu kommen. Wir haben die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, also dass wir darauf flexibel und agil agieren und das handhaben. Und natürlich kristallisieren sich da in vielen Ecken die Montage oder die Freitage jetzt schon raus, also potenzielle Homeoffice-Tage, das kann man, glaube ich, auch an der Stelle sagen. Oder je nachdem, was der Speiseplan in der Kantine vorgibt, spielt auch eine wichtige Rolle. Oder auch das, oder auch das. Ja, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut, weil tatsächlich unsere einzigste Folie, die wir noch dabei hatten und ich glaube, vom Timing her auch ganz gut, wir haben noch gute 20 Minuten, wäre jetzt eben eure Fragen mit euch aufzuarbeiten und zu besprechen und zu diskutieren. Deswegen, ich würde einfach mal die Folienpräsentation auch enden an der Stelle, damit wir euch in groß sehen und ja, wir sind gespannt auf weitere Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Frage von Ina im Chat ein, ob sich unsere Dualstudierenden in dem Gamification-Ansatz alterstechnisch auch noch wiederfinden oder ob das schwerpunktmäßig für die Azubis ist. Also, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Wir haben jetzt von keinem das Feedback gehört, dass das irgendwie zu spielerisch, zu kindlich oder so wäre. Die Sorge hatten wir durchaus auch von einigen Stimmen im Vorfeld gehört. Haben wir in der Form nicht gehört. Als unmittelbares Feedback von den Dualstudierenden mal, was man sagen kann, das Konzept an sich und vor allem auch, ich sage mal so, diese engere Führung am Anfang, im Sinne von Probezeit, keine Homeoffice-Tage, das wird unterschiedlich, würde ich sagen, wahrgenommen. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie alt sind unsere Dualstudierenden, haben die vorher schon eine Ausbildung gemacht, starten die komplett neu ins Berufsleben. Was sind denn die auch für ein Typ? Ist das jemand, der eher introvertiert oder extrovertiert ist? Also, da haben wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen von den Dualstudierenden, durchaus aber auch von den Fachbereichen. Ja, würde ich mit einhergehen. Ich glaube, die Visualisierung, dadurch, dass sie auch so ein bisschen ans Dativ-Design angelehnt ist, Pixel, unser Dativ-Maskottchen spielt da mit, also es schafft auch ein bisschen Identifikation mit dem Unternehmen. Ja, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das haben wir euch vorher nicht verraten, also es waren insgesamt drei Azubis und Studis und es waren tatsächlich eine Auszubildende, eine Dualstudierende und eine Werkstudentin, die für uns das Design erstellt haben. Das heißt, auch da war es vom Bauchgefühl schon gleich ein guter Mix, dass von jeder Zielgruppe wirklich auch jemand dabei war. Genau, dann kommt Karolin hat sich gemeldet, ne? Ja, mich würde noch ein bisschen mehr interessieren, wie ihr konkret auf die Aufgaben gekommen seid und die entwickelt habt oder so, also weil das stelle ich mir schon einen größten Teil der Arbeit vor, irgendwie neben dem Gesamtkonzept dann zu sagen, okay, was stecken wir denn da überhaupt rein und und das machen wir. Ich kann gerne. Also gerade bei den Level Challenges war der Fokus uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir wirklich gesagt haben, wir möchten, dass die Auszubildenden, Studierenden ihre eigenen Erfahrungen und Arbeitsweisen reflektieren, zeitgleich aber auch da ihren Heimathafen so mit im Blick haben, also das Team, in dem sie auch ausgebildet werden, dass sie wirklich schauen, weil perspektivisch ist es bei uns so, dass das auch später die Abteilung sein wird, in der die Auszubildende dual studieren übernommen wird. Das heißt, wir möchten da auch die Ausbildungsdauer nutzen, um schon die Basis zu legen, dafür, dass die Teamzusammenarbeit auch über die Ausbildungsdauer hinaus gut funktioniert. Und deshalb bei den Level Challenges wirkt der Fokus auf Selbstreflexion, Reflexion der Zusammenarbeit mit Fachausbilder Führungskraft, aber auch im Team, also wirklich da so den Dreiklang Persönlichkeitsentwicklung, mobiles Skillset aufbauen und mobiles, hybrides Zusammenarbeiten im Team aufbauen, um dann im Anschluss gemäß unserer Betriebsvereinbarung auch perspektivisch sich in diesem mobilen Team zurechtzufinden. Und vielleicht zu den Level Challenges. Ja, kann ich gerne noch was dazu sagen. Das war wirklich so ein bisschen wie die Folie, wo ihr vorhin gesehen habt, was die Meilensteine waren und wem wir alles einbezogen haben. Und letztlich war es genau da auch diese Mischung. Also wir haben zum einen unser Bauchgefühl und was ist irgendwie auch in der Corona-Zeit so ein bisschen zu kurz gekommen, einfließen lassen. Dann haben wir aber natürlich eben uns das Feedback eingeholt von den Azubis und Sturids. Was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, was wünscht ihr euch für die Zukunft, was ist euch da wichtig? Und eben genauso das Gleiche gilt für die Fachbereiche. Mit denen haben wir uns eben ja auch ausgetauscht und haben auch gesagt, Best Practices versucht da auch schon mit einfließen zu lassen. Was machen eben andere Teams, damit eben der Azubi beispielsweise sichtbar ist? Und dann kam eben beispielsweise sowas raus wie, naja, wir lassen den regelmäßig bei uns im Team präsentieren. Egal, ob das jetzt was aus der Berufsschule, aus der Hochschule ist oder woran er momentan arbeitet, damit jedem im Team auch klar ist, für was ist der Azubi oder der Studi zum Beispiel der Wissensträger bei uns im Team, sodass da einfach auch die Sichtbarkeit da ist. Also es war ein buntes Portfolio, wir hatten riesig große digitale Conceptboards, wo wir wirklich diese einzelnen Bausteine dann rausgefiltert und subtrahiert haben und dadurch dann die Packages geschnürt haben. Also es hat schon mehrere auch, muss man schon sagen, echt mehrere Wochen und Monate gedauert und mehrere Schleifen, wo es auch einfach zacken müssen oder wo wir uns mit anderen ausgetauscht haben. War das einfach dann so eine Fülle an Aufgaben? Also ist das wie ein Brainstorm? Man könnte ja verschiedenste Sachen machen, um jetzt zum Beispiel die Vernetzung mit dem Bereich noch mal zu verstärken. Also das eine ist ja der Inhalt, was möchte ich, was die Azubis lernen? Und das andere, welche Aufgabe machen die jetzt dazu? Also das ist sehr spannend. Also ja, wir haben es letztlich, wie man es in einem Moderationsworkshop macht, wir haben das natürlich in den Terminen selbst gemacht, dass wir dann versucht haben, die Sachen zu benutzen, zu ordnen und Cluster zu finden. Und tatsächlich könnt ihr euch das dann so vorstellen, dass wir mit allen anderen Ergebnissen, die haben wir auch nochmal in den Topf geworfen und haben versucht, dann eben zu clustern, über Kategorien zu finden und dann dann die Maßnahmen daraus abzuleiten, sodass die auch sich eben gleichmäßig dann auch wieder in diesen Challenges finden und wirklich auch möglichst alle Bereiche auch abgedeckt haben. Tolle Leistung. Danke. Dankeschön, Karin. Dann würde ich, ja, machen wir, würde ich sagen, bei Olaf direkt weiter, oder? Na klar, gerne. Der Olaf ist es nicht, sondern ich habe die Frage, erstmal vielen Dank euch beiden für die Vorstellung, mega cool, also richtig rund, finde ich. Ich habe gerade mal durchgezählt, wahrscheinlich viele, viele Erfahrungen bezüglich der Begeisterung der Azubis für die Challenges habt ihr noch nicht, weil wenn ich richtig gerechnet habe, ist es erst ab Januar im Zweifel möglich, aber würdet ihr schon so einschätzen, dass die Azubis da richtig Bock drauf haben, diese Zusatztage sich zu verdienen oder eher nicht, also bei uns ist es so ein bisschen zweigeteilt, wir haben einige Azubis, die sagen, ich komme gerne ins Unternehmen und ein Tag reicht mir völlig die Woche und es gibt halt andere, die am liebsten fünf Tage zu Hause bleiben würden und die, die immer da sind, die sind halt auch stark und die haben halt die Frage, nehmen die so eine Challenge wahr und lassen die Tage dann irgendwie verstreichen, einfach nur um teilgenommen zu haben oder habt ihr noch andere Belohnungsmöglichkeiten? Ich würde sagen, das geht fast sehr stark einher mit den Erfahrungen, die wir auch machen, also es gibt wirklich Auszubildende, die sind da voll hinterher, die sagen, ich müsste direkt meine vier Tage bekommen, sobald es möglich ist, am besten noch den Zusatztag, weil dann spare ich mir den Freien Tag, ins Büro zu kommen, so, aber auch welche, die wirklich sagen, vier mobile Arbeitslagen, so viele brauche ich gar nicht pro Monat, ich komme gerne in die Firma, mein Team ist vielleicht auch viel vor Ort, dann habe ich auch immer mein Team um mich herum, ich möchte das nutzen und ich glaube, das wird sich jetzt so ein Stück weit noch mehr entwickeln, du hast vollkommen recht, das heißt, die starten jetzt eigentlich erst mit ihren mobilen Arbeitstagen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bereitschaft oder auch das Engagement, noch mehr zusätzliche Arbeitstage zu erspielen, steigen wird, wenn sie selber auch natürlich die Erfahrung machen, was kann ihnen das bringen, also Julia Bangert hat es so schön gesagt, diese Betriebsvereinbarung sollte in erster Linie dient es dazu, dass das Optimum für Dativ erzielt wird, darunter das Optimum fürs Team, das heißt, wie können wir als Team idealerweise zusammenarbeiten und wenn diese beiden Stufen erfüllt sind, dann ist so das Thema, okay, wie kann ich mein Leben, meine Arbeitswelt effizient gestalten, sodass für mich auch was Positives herausfängt und ich glaube, genau an dem Punkt sind die Auszubildenden, wenn sie merken, ihre Arbeit ist für Dativ förderlich im Team und im Heimathafen funktioniert es, dann zu schauen, okay, was würde mir vielleicht ein zusätzlicher mobiler Arbeitstag denn für eine Flexibilität bringen und das könnte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann auch nochmal die Bereitschaft erhöhen, mobile Arbeitstage zu spielen, aber grundsätzlich sind alle sehr, sehr offen, sich auch den Challenges anzunehmen, weil wir ihnen schon auch deutlich machen wollen, dass es ja auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung einfach nur förderlich ist, im Konzept weiterzulaufen. Okay, also eine Alternative für diejenigen, die sagen, nee, ich bin gerne fünf Tage da, aber die Challenges finde ich auch cool, so nach dem Motto habt ihr erstmal nicht, ne? Nee, da gibt es aktuell keine weiteren Angebote. Okay, danke euch. Gerne. Karl-Heinz hat sich gemacht. Ja, also euch erstmal Hochachtung, ich bin auch wieder ganz begeistert von eurem Konzept, wie man Ausbilder ganz anders gestalten kann. Bei mir ist so im Hinterkopf die Frage, ihr habt es ja klugerweise erst mit der kleinen Gruppe gemacht, nämlich mit denen, die jetzt erst im September angefangen haben. Was sagen eigentlich die aus dem zweiten und dritten Lehrjahr dazu? Sind die sauer? Nee, sauer sind sie nicht. Ich glaube, ein paar wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass wir da jetzt einfach mehr tun, weil es wirklich ein paar gab, die sehr lost waren im Homeoffice und sich eben nicht gut angebunden gefühlt haben ans Heimathaventeam. Ich kann mir immer, also das ist mein Beispiel, das ich immer gerne erwähne, obwohl es eigentlich traurig ist, es gab wirklich ein paar Studierende, Auszubildende im dritten Lehrjahr, die gesagt haben, ha, also in diesen Workshops, ich kenne jetzt noch nicht mehr alle Leute live und in Farbe und das finde ich schon echt traurig, nach drei Jahren gibt es bei uns halt einige Teams, die sehr remote oder fast nur remote arbeiten und das nicht zwangsläufig, weil sie ganz Deutschland verteilt sind. Es gibt viele auch, die sind in Nürnberg und kommen trotzdem nicht rein. Die wissen es auf jeden Fall, glaube ich, zu schätzen und finden es auch gut, dass sie einen Beitrag geleistet haben. Es gibt auch ein paar Auszubildenden, dual Studierende, das sind vor allem diejenigen, die sehr selbstständig, sehr extrovertiert sind, wo das sehr gut geklappt hat, die tatsächlich auch sagen, Gott sei Dank hat das Konzept jetzt für mich nicht gekollten, bezieht sich aber eher wirklich auf diese, ich würde mal sagen, vor allem auf die erste Phase mit der reinen Forttätigkeit. Also da gibt es einfach ein paar Studis, die bei mir sind, weil sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, naja, das wäre ihnen jetzt ein wenig zu heftig gewesen. Aber, ja gut. Und wo wir tatsächlich stärker am Kämpfen sind oder wo wir halt stärker immer wieder irgendwie auch hinterher sind, sind wirklich eher dann eben die Fachbereiche. Also für die Auszubildenden, dual Studierenden in der Masse ist das Konzept kein Thema, die finden das gut und auch vielleicht gar noch nicht so viele Homeoffice-Tage zu haben, wie der Fall, wie gesagt, ist kein Thema. Die andere Seite sind natürlich die Fachbereiche und da gibt es Fachbereiche, für die das schon eine Umgewöhnung ist und war, jetzt wieder mehr vor Ort zu sein und auch reinzukommen für ihre Auszubildenden. Ja, sagt vielleicht noch ein bisschen was, wo sind die größten Schwierigkeiten in den Fachbereichen mit dem Konzept? Die Anwesenheit. Ja, also glaube ich auch so, wirklich das Bewusstsein im Team zu verteilen, wenn man es auf der ganzen Team-Ebene sieht, ein Teamleiter hat das mal so schön uns auch dargestellt mit seinem Team, er meinte, okay, es sind 36 Tage, die unser Azubi in den ersten vier Monaten vor Ort betreut werden muss, wir sind ein Team von zwölf Personen, das heißt, in vier Monaten muss jeder Rechner dreimal ins Büro kommen und dann war so sein Tenor, das sollte machbar sein, im Team abzudecken, aber ich glaube, wirklich so das Bewusstsein zu schaffen, ihr habt euch mit der Ausbildung oder mit der Entscheidung, einen Dualstudierenden aufzunehmen, die Verantwortung für den jungen Menschen mit dazu ins Boot, ins Team geholt und genau diese Verantwortung für die Entwicklung des jungen Menschen habt ihr ein Team zu tragen und entsprechend zu verteilen und deshalb auch wirklich diesen Schutzring, den wir unser Kernkonzept gelegt haben, Ausbildung ist Teamaufgabe, diese Aufgabe auch wirklich als Team zu leben, aber wie Alina sagt, ich denke auch, das ist so der Knackpunkt, die Betreuung vor Ort ist erstmal der erste Moment, wo viele schlucken und sagen, müssen wir schauen, dass wir das bewältigt bekommen. Positiver Nebeneffekt, der uns aber auch schon zu betragen wurde, ist, dass dadurch auch die Leute im Team wieder öfter vor Ort sind und die Personen aus dem Team, Stammmitarbeiter sagen, Mensch, es ist so toll, dass wieder mehr Kollegen im Büro sind, dass wir uns wieder öfter sehen, dass wir uns auch nochmal auf persönlicher Ebene treffen, ganz anders als nur rein virtuell die ganze Zeit zusammenzuarbeiten. Also vielleicht kann man auch damit nochmal die Werbetrommel rühren und sagen, das ist vielleicht auch für das Team ganz schön und für die persönlichen Begegnungen. Sehr gut, jetzt hat sich die Marianne gemeldet als nächstes. Ja, ich fand das ja nochmal spannend, wie ihr geendet habt, also dass quasi die Teams selber merken auch, das ist ganz schön, nochmal vor Ort zu sein. Meine Frage ging eigentlich in eine andere Richtung und zwar genau das Gegenteil. Also durch Corona bedingt mussten ja viele auch mobil arbeiten und es gibt einfach viele Gründe, auch private, familiäre, dass man mobil arbeitet. Ich habe mich gefragt, inwieweit zwar mobil gearbeitet wird, aber wie stark die Kompetenz ausgeprägt ist. entsteht da jetzt sozusagen so ein bisschen ein Gap, könnte das passieren, die Auszubildenden, die dann gut trainiert sind und bei den bestehenden Mitarbeitern macht man es, aber man hat es eigentlich nicht so drauf? Mal passieren könnte, könnte sowas, glaube ich schon, aber ich glaube, auf der anderen Seite kommt ja der Azubi rein als junger Mensch und teilt das ja auch, nimmt sein Team da mit. Also ich glaube, man hat da einen guten Hebeeffekt. Wir versuchen, das ein oder andere in die Hand zu geben und ich glaube, dass der Azubi-Studie das ins Team mitträgt. So genauso wie bei anderen Themen, wo man schon einen Unterschied merkt, ein Team, das ein Azubi hat, tickt da ein Stück weit anders und ist vielleicht auch bei Themen, die der Azubi irgendwie bewegt und die dem wichtig sind, auf einer anderen Ebene mit dabei und ich glaube, genauso wird das Thema mobile Kompetenz damit mitgewogen und mitgetragen. Okay. Das wäre meine Einschätzung. Ja, würde ich auch mitgehen. Also so eine Idee habt ihr schon, ihr kriegt das von der Ausbildung her auch mit, dass das mit anderen Themen auch so passiert, die die Auszubildenden betreffen. Es wird mit ins Team getragen. Würde ich schon so sagen. Also ich bin mir sicher, dass wir auch weiterbildungsseitig sicherlich noch das ein oder andere zu tun oder auch schon gerade im Portfolio haben. Der Fabian hat es vorhin so schön gesagt, es gibt dieses Angebot Führen auf Distanz, gibt es schon seit, ich glaube, letztem Jahr für Führungskräfte, wie man eben hybride Teams führt. Also da gibt es schon einige Angebote. Und das andere glaube ich wirklich, weil wenn man sich anschaut, also ich habe immer mal Meetings, wo ich mit einem Azubi und in einem Feedbackgespräch vor Ort sitze mit Führungskraft und Co. Und wenn die Führungskraft oder der Fachausbilder irgendein technisches Thema hat, dann ist der Azubi fast immer gleich der Erste, der hochspringt und sagt, komm, ich helfe dir doch mal, ich unterstütze. Und ich glaube, dadurch regelt sich das auf einer natürlichen Ebene und auch gut. Okay, danke, ja. Gerne, Marianne. Dann die Ellen. Ja, hallo. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Das passt jetzt gut auch in meine Arbeit mit rein. Habe ich es richtig verstanden, was ihr vorgestellt habt, für die Azubis, ist es ein Muss oder ist es ein Kann? Es ist ein Muss. Ja, es ist ein Muss, ein verpflichtendes Konzept mit dem ersten Lehrjahr. Mit dem ersten Lehrjahr. Das heißt, die Azubis müssen sich die Flexitage erspielen. Ach so, nein. Ach so. Also, dieses Grundkonzept sozusagen, das ist ein Muss im Sinne von, für jeden gilt, dass er bis zur Probezeit keine Homeoffice-Tage hat und dann stückweise sozusagen das Kontingent ansteigt. Diese Level-Challenges, um eben in dieses nächste Level und das nächste Kontingent freizuschalten, die sind verpflichtend und die Flexi-Challenges, die sind aber freiwillig, wo es um die Zusatzteile geht. Okay, gut. Dann habe ich das mit dem Poster auch nochmal gut verstanden. Die zweite Frage, ihr habt in einem Nebensatz erwähnt, die Fachausbilder sind zusammengeschlossen oder die machen auch COPs, Communities of Practice. Wie oft machen die das? Also, momentan ist es bei uns so, es ist noch nicht zum Selbstläufer geworden, so will ich es vielleicht sagen. Ich glaube, die Community gibt es jetzt seit gut zwei Jahren und wir bieten immer viermal im Jahr, also regelmäßig sind es vier Termine im Jahr, die wir anbieten, die wir aus einem Orga-Team heraus koordinieren. Dieses Orga-Team setzt sich von Kollegen bei uns aus der Ausbildung, aber auch von den Fachausbildern zusammen. Das ist ein kleines Team, knapp zehn Personen und die organisieren eben mindestens vier Termine im Jahr und dann gibt es immer mal wieder Zusatztermine. Also, einer von den Fachausbildern sagt mal, er bietet irgendwie einen Sondertermin zum Thema XY an. Das ist aber noch die Ausnahme, muss man leider sagen. Also, es hat sich noch nicht so richtig verselbstständigt an der Stelle. Und was sind die Gründe? Ja, wenn ich die wüsste, dann... Das hat manchmal weniger zu tun. Ja, also, ich kann es euch nicht so recht sagen. Wir versuchen es an ein paar Steinen immer mal wieder anzuschieben, aber ohne das Anschieben hat es bisher einfach noch nicht so ganz funktioniert. Wenn ihr da Tipps für mich habt, auch total gerne, also auch gerne im Nachgang können wir gerne mal drüber plaudern. Aber ja. Ja, aber das ist eine spannende Fragestellung, also vielen Dank dafür. Die werde ich auch noch mal mitnehmen zu unseren Ausbildern, weil COP ist natürlich sehr spannend, weil man da natürlich dann auch noch mal anderen Input bekommt. Ja, also lass uns da gerne im Nachgang noch mal im Austausch bleiben, wenn du möchtest, Ellen. Gerne. Wir haben ja auch so eine Frage dagelassen für die Community, welche Lernangebote auch für Fachausbilder ihr vielleicht anbietet oder ob ihr da Ideen habt. Da freuen wir uns natürlich auch über euren Input zu der Frage. Okay, Dankeschön. So, jetzt kommt noch eine Frage vom Latti rein und ich sehe noch eine im Chat von der Annika. Wir nähern uns aber langsam dem Ende. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir haben noch drei Minütchen. Also, was geht's mit dem Latti, oder? Ich beeile mich, ja. Danke, Marcel. Ich kann vielleicht noch ein, zwei Sätze zur anderen Seite sagen, weil bei uns sind mehrere Azubis, bei uns in der Einheit und die sind bei uns auch fest, also fix eingebunden in allen unseren Strukturen. Also, wir haben ja zweimal im Jahr diesen Lerntag und da war zum Beispiel ein dualer Student auf der Bühne beim letzten Mal. Das muss ein toller Vortrag gewesen sein. Und ich weiß auch, dass Teams von uns da sind jeden Tag welche vor Ort. Also, da können sich die Azubis das aussuchen, wann sie kommen, so ungefähr. Und was auch noch ist, dass eine Kollegin und ein Kollege, die machen auch Coring-Dojos mit ihnen zusammen. Also, die setzen sich alle zwei Wochen mit ihnen hin und machen gemeinsam Übungen, damit die noch ein bisschen besser reinkommen als normal. Dankeschön. Danke, Latti. Danke, Latti. Und die Frage von der Annika war noch, was habt ihr festgestellt, welche Kompetenzen werden für das mobile Arbeiten benötigt? Ja, also, das mobile Arbeiten, da machen wir ja gerade wirklich so die ersten Erfahrungen, was wir aber generell festgestellt haben, Kompetenzen, auch über unsere Lern-App, die absolut Top-Renner sind, sind so Themen Selbstmanagement, auch Selbstorganisation. Einfach, das ist natürlich auch verständlich, dass sie irgendwie die neue Arbeitswelt auch erstmal erlernen müssen. Und jetzt so für das mobile Setting sind so Themen wie proaktiv sein, also auch im mobilen Setting, zu Hause im Homeoffice, weil Hilfe wird benötigt oder man ist nicht ganz ausgelastet, da proaktiv sein, Initiative zeigen, um auch die Sichtbarkeit bei der mobilen Arbeit und da zu erzielen. Hättest du noch ein Threat? Was noch eine Facette ist, ist wirklich dieses proaktiv auch kommunizieren, also proaktiv zu kommunizieren, woran arbeite ich gerade, was sind bei mir die Schwerpunkte, das dann auch transparent zu machen an den Fachausbilder und die Fachausbilderinnen ist was, was wir eben gerade in diesem Homeoffice-Setting stark merken, dass das eine kleine Herausforderung ist. Okay, super. Ganz herzlichen Dank an euch beide, Alina und Fabian, für diesen tollen Einblick. Ihr habt es gemerkt an den Fragen, an den Kommentaren, auch im Chat, dass da wirklich das sehr spannend war für alle und da auch wirklich Bedarf war, sich da weiter auszutauschen. und wir würden das Ganze jetzt in den asynchronen Raum verlagern, mehr in das Discuss-Forum hinein. Nutzt also gern, ich habe es oben noch mal in den Chat gepackt, die Co-Learn-Seite, um noch weitere Fragen zu stellen, um vielleicht auch eure Beispiele mal vorzustellen, der Alina und dem Fabian was zurückzugeben von ihrem tollen Input, damit sie auch von euch lernen können. Das wäre schön und schaut auch gern mal in die beiden anderen Seiten zu dem Lern-Amigas und zum Dativ-Digi-Camp, wenn ihr wollt, für heute und dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch im Forum und morgen.